Liebe Zuschauer, Franco Zeffirelli, bekannt für seine opulenten Ausstattungsfilme, drehte die Geschichte Jesu von Nazareth mit Hunderten von Komparsen in der faszinierenden Landschaft Marokkos. Internationale Stars wurden für diesen Monumentalfilm verpflichtet. Robert Powell, Claudia Kardinale, Laurence Olivier und Anthony Quinn, um nur einige von ihnen zu nennen. Untertitelung des ZDF, 2020